Ich helfe mit. Tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Es ist viel zu gefährlich. Du bist nicht die Einzige, die jemanden an die Drohnen verloren hat. Bitte, lasst mich euch helfen. Ich wünsche auch der Gemeinschaft zum Fertigmachen der Drohnen beizutreten. Okay, Leute, vergesst nicht, wonach wir suchen und traut niemandem. Hey, Baby, wo sind deine Eltern? Hey, äh, wessen Baby? Was? Oh, echt jetzt? Ein Gauner-Baby? Sehr beeindruckend. Wir könnten jemanden wie dich gebrauchen. Also, passt auf. Mein Name ist Raya. Unsere Länder bekriegen sich schon, seit wir denken können. Unsere Völker sind sich nie einig. Meine Tochter, ich glaube fest daran, dass wir wieder vereint sein können. Aber jemand muss den ersten Schritt tun. Um den Frieden wiederherzustellen, müssen wir den letzten Drachen finden. Ich wünsche der Gemeinschaft, zum Fertigmachen beizutreten. Ta-da! Ich helf mit. Wir müssen vorsichtig sein. Nicht nur wir wollen ihn finden. Seit sechs Jahren bin ich auf der Suche. Bitte lass mich am Ziel sein. Oh, mächtiges Sisu! Oh! Wer spricht da? Wir brauchen deine Hilfe. Ich will dir nichts vormachen. Ich bin nicht gerade der beste Drache. Hast du mal so ein Gruppenprojekt gemacht, bei dem einer Null dazu beiträgt, aber am Ende dieselbe Note kriegt? Das sind die Schlimmsten. Du und der Drache, ihr kommt mit mir. Mein Schwert hier sieht das anders. Die Welt ist zerbrochen. Du kannst niemandem vertrauen. Vielleicht ist sie zerbrochen, weil du niemandem vertraust. Du musst nur den ersten Schritt tun. Raya und der letzte Drache. Ich hab mich verwandelt. Ein Drache kann sowas? Sieh nur, wie nah mein Hintern an meinem Kopf ist. Das beschleunigt die Verdauung. Ich hab mich verwandelt. 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 Vielen Dank.